Nicht nur die Rauhnacht warnt bei uns im Bohrischen Wald besonders gefürcht, sondern auch die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai. Also die Wäpperlnacht oder Walpurgisnacht, wie es auf Hodeitsch heißt. Da war genau so nichts Gescheites zum erwarten, wie in die Zwölfnacht im Winter. In der Nacht rühren sie nicht nur die Gespenster, auch die arme Sein zieht über die finstern Wiesen und Waldwege dahi. Vor allem aber sagt man in der Nacht die Hexen, wie sie sich auf ihren Tanzplatz umeinander treiben. Und er eine Rituale abholten und auf dem Weg dorthin, die Heiser und ein Stall unsicher machen, das Viech verhexen oder noch schlimmere Sachen anrichten. Wah, und das war schon gewiss immer so. Die Wäpperlnacht ist die irgste Hexennacht gewesen. Die Hexen waren bei den Leuten damals auch so schon stark gefeuchten, weil ihnen eine riesengroße Macht zugesprochen worden ist. Egal, ob dies das Verflurche von Viechern oder Menschen gewesen ist, das Verwandeln in verschiedenste Gesteuten oder gar ein Pakt mit dem Höllenfürsten persönlich. Wenn irgendwas ein Verdacht aufgekommen lassen hat, dass was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dann war klar, dass da mit Sicherheit ein Hex ihre Finger im Spei gehabt hat. Durch dies, dass er nachgesagt worden ist, dass sie sich auch in Viecher verwandeln können, waren ihre Augen und Ohren überreue. Nie ist man sich sicher gewesen, ob im Garten nicht gerade ein Salamander oder ein Bräden hockt, in die ein Hex gefahren ist und einen gerade beobachtet. Oder ob man gerade von einer Ratz belauscht wird, die hinter dem Morschen Briedl in der Wend hockt und deswegen hat man sich nur hinter vorgehaltener Händen zugeflüstert, was man über die Hexen gewusst hat. Einmal sind Kulturarbeiterinnen, die fürs Forschamt Pflanzen gesetzt haben, im Garten bei der Arbeit beieinander gewesen und haben sich miteinander unterhalten. Und es hat gar nicht lange gedauert, da ist das Gesprächsthema auf den heutigen Tag, die Wolperlnacht, gekommen und damit auch auf das Thema Hexen. Und wie es halt so ist, hat jeder was zu der Materie gewusst. Wo sie sich treffend, wenn sie schon alle geschaut haben, und wo sie man für Mittel dagegen hat. Eine von den Dändlern hat sich schon die ganze Zeit umgeschaut, ob nicht jemand bei einer im Garten steht und sich belauscht. Wie es sicher war, dass niemand Fremder um den Weg gewinn ist, hat sie ihre Stimme gesenkt und leises Verzeihung angefangen. Ihre Großmutter hat ihr gesagt, dass die Mutter vom Wagner-Mahrerl schon als Hex bekannt gewinn ist, wie es noch jung war. Dass die damals dafür verantwortlich war, dass die Kühe vom Fischerbauern wochenlang Blut statt ein Mühl gegeben haben und das dabei gesehen worden ist, wie es vom Becker-Gogelriegel auf ein Reiserbündel heimgeflogen ist, mit noch einer dabei. Und weil die Mahrerl das jüngste Dändl von ihr war, ist das auch auf sie übergangen. Die hat mit Sicherheit auch damit zu tun. Die hat die Teufelskunst nicht durch ein Schwarzbüchel oder sowas erworben, sondern als Erbschaft von ihrer Mutter übernommen. Jeden Sonntag, wenn's in die Kirche geht und das Mahrerl beobacht, hat's gesehen, dass nach der Kommunion auf den Weg zum Kircherstuhl zurück ganz frech und wir selbstverständlich die Hostie in eine Taschendürchel einwickelt und mitnimmt. Soweit's war's, hat's ihre Kollegen erklärt, nehmend Texen die Hostien her für ihre sündhaften Zauber und Riten, die die Leid schont. Und so sind's noch feierabend auseinandergegangen. Am nächsten Tag ist die Sterndl, die die Geschichte verzeiht hat, in die Mai angedacht. Jetzt sitzt die, von der er's geredet haben, hinter ihr beim Eingang, hat zu ihr hingelangt und g'sagt, dass die feier Tex nicht fangt. Kein's weiß, ist's worden, hat überhaupt nicht gewisst, was auf das hinmachen soll und ist aus der Kirche geredet. Hat's die gewisst, dass's von ihr geschmatzt haben und g'st, in dem Pflanzbädel drinnen hat, was würd's jetzt da dazusagen? Am 1. Mai 870 wurde Walburga, die angelsächsische Äbtissin des Klosters in Heidenheim, heilig gesprochen, der wundersamen Heilkräfte zugeschrieben wurden, insbesondere in Bezug auf die Wirkung von Flüchen und Zaubern. Sie gilt unter anderem als die Schutzpatronen gegen Seuchen, Hungersnot, Missernten und böse Geister. Das Datum wurde möglicherweise so gewählt, dass es auf das keltische Beltane entfällt und dieses heidnische Fest von der Verehrung einer christlichen Heiligen überlagert wird. Der Name Walpurgisnacht, der sich vom Namen dieser christlichen Heiligen ableitet, fand seine Verbreitung durch das 1668 erschienene Buch Blockes Berges Verrichtung des Schriftstellers Johannes Praetorius oder auch in Langform ausführlicher geografischer Bericht von den hohen, trefflich alt und berühmten Blockes Berge in gleichen von der Hexenfahrt und Zauber Sabbate so auf solchen Berge die Unholden aus ganz Deutschland jährlich den ersten Mai in Sankt Walpurgis Nachte anstellen sollen. Aus vielen Autoribus abgefasset und mit schönen Raritäten angeschmückt samt zugehörigen Figuren. Nebenst einen Appendize vom Blockes Berge wie auch des alten Rheinsteins und der Baumannshöhle am Harz. Dieses Buch bringt den Brocken im Harz als Hexentanzplatz mit der Nacht zum 1. Mai in Verbindung. In Adelungswörterbuch 1774 bis 1786 findet man für Walpurgis folgende Erklärung, die die auch zur Herleitung des bayerischen Begriffs Woiperlnacht führen kann. Der Walpurgisabend die Walpurgisnacht und sofort im gemeinen Leben der Walperabend die Walpernacht. Da sich das Jahr bei den Deutschen sowohl als den übrigen europäischen Völkern in den ältesten Zeiten mit dem 1. Mai anfing, so ist der in Ansehung der Walpurgisnacht bei dem großen Haufen noch herrschende Aberglaube vermutlich ein Überriss davon und der bei dem Jahreswechsel ehe dem üblichen Gebräuche. Hierbei sei aber angemerkt, dass es für den Begriff Walpern auch regionale Unterschiede zu geben scheint. So wird zum Beispiel das Läuten von Glocken zur Abwehr von Hexen umtrieben örtlich auch als Walpern beschrieben. Im deutschen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm wird der Begriff Walpern mit in der Walpurgisnacht als Hexe mit den anderen Hexen tanzen beschrieben. Im 19. Jahrhundert schließlich machte Johann Wolfgang von Goethe mit seinem Faust die Walpurgisnacht sowie den Brocken bei großen Teilen der Bevölkerung populär. Wenn aus den Tiefen der Wälder, die den Brocken umgeben, der Nebel zum Gipfel empor weht und sich auf die nassen Bergwiesen legt, erblickt der Wanderer eine mystische Waldlandschaft, die dem Diesseits entrückt zu sein scheint und in dessen undurchdringlichem Gehölz und dem Gipfel, den es umgibt, so manches vor sich gehen mag, dass der Mensch nicht zu erfassen im Stande ist. Daher verwundert es nicht, dass dieser Titan inmitten des Harzes den Menschen nicht nur erstaunen, sondern auch erschaudern ließ. Der früheste schriftliche Beleg, der auf den Brocken als einen Berg, der von unheimlichen Erscheinungen heimgesucht wird, hinweist, ist ein um das Jahr 1300 geschriebenes Gedicht in 75 Verszeilen. Verfasst in deutscher Sprache und vermutlich aus dem polnisch-litauischen stammend, enthält es Beschwörungen nächtlicher Gräuel von quälenden Geisterwesen, die zu dem Brochelsberge fahren und dort ihre Versammlung halten. Im darauf folgenden Jahrhundert wandelt sich dieser Zug aus Unholden, Elben, Zaunreitern, den nordischen Tunridur und den zu dieser Zeit bereits bezeugten Molken stehlenden Zauberinnen in eine Gemeinschaft aus Pelewissen, Pilbissen, Bilbissen und Truten, um dann im sechzehnten Jahrhundert vollends zu einem reigen Nachtfahrenden Zauberinnen zu werden. Jene dämonische Rotte, die zur Walpurgisnacht auf den Blocksberg, wie er im Volksmund genannt wird, fahren und dort mit dem Teufel, meist in Gestalt eines schwarzen Geißbocks den Hexensabbat mit gar unaussprechlichen schauderhaften Riten abzuhalten. Während in der Mitte ein hoch loderndes Feuer brennt, sollen die Hexen um dieses Rasen und Jauchzen, während der Teufel auf die sogenannte Teufelskanzel tritt und in einer Umkehrung der christlichen Predigt auf Gott, Jesus und seine Lehre lästert. Diejenige Hexe, die zuletzt bei diesem unheimlichen Ritus eintrifft, wird vom Regenten der Unterwelt selbst in Stücke zerrissen, auf dem Hexenaltar zerhackt und wird beim anschließenden Mal in einer der Hauptschüsseln des Schmauses dargereicht. Solch Legenden wurden einigen Frauen, die während der Hexenprozesse angeklagt wurden, zum Verhängnis wurden sie doch beschuldigt, an solch sündhaften Veranstaltungen teilgenommen zu haben. In der nächsten Zeit fand dieser Glaube weitere Verbreitung und so diente sich die Vorstellung von Hexentanzplätzen auch auf andere Gebiete aus. Namenlose unbewohnte Lichtungen oder Bühle an Bäumen, kreuzwegen, alten Gerichtsstätten oder gar mitten auf Bauernhöfen sind Kulissen von Hexenversammlungen zur Walpurgisnacht. In der Nacht von Kamm in der Oberpfalz bei Holzkircher da gibt's auch einen Berg, den's an Blucksberg heißen. Und von dem Bär aus geht in der Walpurgisnacht in der tiefschwarzen zwölften Stunde der Hexenried aus. Des geht bis im nächsten Tag in der Früh zum Gebetsleiten. Einmal sind ein paar Musikanten von Holzkircher da wo sie aufgespielt haben und heimgangen am Blucksberg vorbei und haben eine schöne Muse gehört. Auf das hin sind sie der Muse nachgegangen auf den Berg runter aber statt dass sie auf ihm kommen sind sie auf einen Baum rauf gestiegen. Da oben haben die Hexen getanzt und haben sie dazu zwungen dass sie für sie speint. Wie dann die Glocken vom Kirchturm gescheit haben sind die Hexen vom Baum davon und auch die Musikanten haben sie wieder runter traut wie sie heim gegangen sind waren sie ganz gekratzt und her geschunden und sind krank worden so dass einer davon sogar dran gestorben ist ein paar von ihr haben von Holzkirche noch ein paar Kirchweihnudel im Hosensag gehabt die haben sie in Rosäpfel verwandelt gehabt auch auf den Aber sollen Hexen in der Wolperlnacht aus dem ganzen bayerischen Wald zusammen kommen und dort feiern und tanzen aber nicht nur in die abgelingenden Orte sind Hexen in der Wolperlnacht anzutreffen des Hexen Brickl in Romstein auf dem W Notzwiesel zum Beispiel ist da stark gefeucht und ich kenn mehrere Geschichten von Leuten die in der Nacht unterwegs waren und einfach auch so in Texengesellschaften eine geraten sind ich hab einen kennt der war ein Zeidl in Limberg bei Zwiesel beim Saja ein Knecht der war da noch gar nicht lang dort da haben sie ihm eine Geschichte von seinem Vorgänger verzeiht Der ist in der Wolperl Nacht heim gegangen und durch den Stohl durch Wie er in Hof reinkommt sind auf einmal 32 Weibsbäder vor ihm gestanden Zoten hat er nach oben gehängt und die letzte hat gesagt Wenn du ein Wörtel sagst von dem was du gesehen hast dann bist hier Das sind lauter Hexen gewesen und er hat bei er einer Hexenkir da gesteht Auf dies ist er auf und davon Später haben ein paar Leute das auf gegangen was da passiert ist und wollten mehr von ihm wissen wer die warnt und was die da genau gemacht haben Er hat aber nichts davon gesagt Den Knecht haben sie einen Rausch angesächt dass er gerade noch so gekugelt ist Er hat aber nur gesagt 32 sind es gewesen und kennt hab ich jede davon aber kein Wörtel mehr hat er davon gered und wenn sie ihm noch mehr benzt haben ist er einfach aufgestanden und heim gegangen hat man nichts ausgebracht von dem aber das ist auch manchmal besser so dass man sein guschen hält wenn es um Hexen geht Wahrscheinlich hätte er wirklich nicht lang gelebt wenn er verzeiht hätte wer die Hexen gewesen sind und was die da genau drüben haben da gibt da gibt's nix da weiß ich nämlich noch eine Geschichte unter Talb von Reitenberg in der Natt von Ketzting da ist so ein Gräser gewesen da sind die Hexen in der Wolperl Nacht weit zusammen gekommen jetzt ist nimmer dort was die Strasse durchbaut haben aber da haben sie im Wirtshaus einmal drüber geschmetzt und einer der mit jeder halbe Bier schneidiger geworden ist hat dann gesagt wenn dann zu mir einmal einer von denen kam hat er gesagt der gelang da schon eine hinter das Viertel und wie er dann vom Wirtshaus heim gegangen ist ist er an der Fichten vorbei von der Skritt und wie er vorbeigeht kommt eine von die Hexen Vierer so hat sie gesagt jetzt bin ich da gelang mal rein hinter das Viertel und hat ihn schon gehabt und ist bis in grauer Ba ab damit und hat ihn so durch beidelt dass er sich nicht aus gekannt hat bis einen Tag angeleitet haben in der Früh dann ist er wieder zu ihm gekommen und hat erst heim gehen können aber nicht nur ein Gräs sein vor allem die zoderten Birken die besonders buschig sind heißen auch Hexen Birken was krumm werden vom Trafsitzen der Hexen um die sind ganze Kreise umgegangen die vom Tanz der Hexen austreten waren oder auch Kreise aus Schwammerl die rundum gewachsen sind in die hat man nicht einige dürfen weil einem sonst was Schlimms passiert wäre wenn sie Texen in der Wolperl Nacht getroffen haben haben viele von denen einen weiden Weg auf sich genommen und haben vorher in der Fall Halt gemacht Oft ist davor bericht worden dass in Stohl eingängend uns Viech verhexen damit Blut statt Mehl geben oder das Glei eingängend Es war auch bekannt dass Zucker ins Kurfurter ein strahlen damit die Beierin nicht mehr ausrühren kann bis die Kur wieder angehören hat Oft war es auch so dass noch sowas Dresser im Stall Zipferl im Schwarf und in der Mähne gehabt haben Hier und da haben sie auch an der Tier um was gefragt wollten sie Ros Haar Melksteine Haferl oder Mist Gau wenn Ausleihen damit sie Gewalt über denjenigen gekriegt haben der das ausgelingen hätte wenn man nicht aufgeschaut hat haben sie welche Zugang in Stumm verschafft und in Dwing von den kleinen Kindern reingeschaut die dann die Freis oder die Abzehrung bekommen die haben dann Tag und Nacht geschrien und sind schließlich dran gestorben und wichtig war auch noch eins von einer Hex hat man kein Essen nehmen dürfen auch keine Kircherl die sie immer gern her geschenkt haben Die Wildball Nacht ist aber auch eine Losnacht in der man den Schleier lupfen kann hinter dem Zukunft verborgen liegt besonders die anderen die ihren zukünftigen Breitigam kennen lernen wollen können in der Nacht die Gelegenheit für sich nutzen dafür wir haben während einem Gebetsleiten ein loher Brot und ein Messer auf ein Tisch gelegt und haben nöckert stumm auskehren müssen ohne dass sie den Tisch anschauen wenn sie dann damit fertig waren haben sie in einen Spiegel reingeschaut wenn ihr da drin der Tod entgegen grenzt hat dann muss im nächsten Jahr sterben wenn nicht seht ihren kommenden Bräutigam im Spiegel die Olden haben aber auch immer gesagt dass Maßnahmen gibt gegen die Schadens Zauber von die Hexen ich habe einen Bauern gekannt bei dem ist ein Hex ein Jahr gekommen und hat ihm ein Viech davon alle Jahr um die Wolperl Nacht bevor er wieder in Stahl gegangen ist hat er genau gespannt dass eine Kuh feit er hat sie auf die Lauer gelegt aber es hat alles nichts geholfen jedes Mal am Tag drauf hat eine gefehlt da ist er ins Kloster Metten gegangen hat er das alles verzeiht und um ihre Hilfe bieten der Vater hat sich die Geschichte angehört ist ins Nebenzimmer reingegangen wo ein Glassturz drin gewesen ist in den hat er reingeschaut und ein Weiberleut gesehen das war die Hex die den Bauern das an hat der Bauer hat die nämlich kennt da hat er sich daran erinnert dass das oft so ist dass ein Hex dem was antut den es auch persönlich kennt noch ist der Vater kurz fort und wie er zurück gekommen ist hat er was in seine Hände gehalten ein Amulett das er dem Bauern dann mit gegeben hat mit dem Ratschlag dass er das vor der Steu dir eingraben soll er muss aber vor dem Gebetsleiten heim kommen also muss er schnell gehen so schnell wie er kann damit er das noch schafft während dem er unterwegs ist wird er ihm von hinten nach da und angekommen dass er meint dass er gleich hin war dem darf er nicht ausweichen und egal wo es ihm zugegen kommt er muss auf einer Seite bleiben und er darf nicht start halten du wirst allerhand finden auf dem Heimweg aber ja nichts von dem aufheben hat der Butter zum Schluss noch gesagt und dies alles hat sich der Bauer auch gehalten obwohl er ihm allerhand entgegen gekommen ist seitdem ist er aber vom Unglück in seinem Stall befreit gewesen auch einer von dem Berg der hat im Stall keinen Glück nicht gehabt hat aber schon vermutet dass ihm irgendeine Hex was Bäs war und ihm verflucht hat jetzt hat er einmal einen getroffen vom Beben aus und mit dem ist er ins schmatzen gekommen über das Unglück das seit einiger Zeit über ihm zum Schwimmen scheint und der hat ihm was verraten da gibt er einen Rat wenn die Sonne angeht gehst auf die Edernause und schneist dir einen Nuss Stecker rüber auf den machst drei Kreuzel rüber und suchst einen Scherhaffer auf den haust mit dem Stecker einmal hin aber davon rennen dürft nicht egal was danach passiert noch ein wenig hin und her überlegen hat er dies dann auch gemacht zuerst war ihm dies eigentlich zu blöd aber er hat sich denkt zum verlieren habe ich ja nix und wie er dies macht was ihm der Beben gesagt hat hörte ein jämmerliches schreien von einer weiblichen Stimme mein Kopf mein Kopf und schon am nächsten Tag hat er sie gesehen hat es einen Kopf einbunden gehabt das ist die gewesen die ihm das gefüchtert verhext hat gehabt die Bauern haben auch ihre Schutz Rituale gewisst die einen haben am Vortag von der Wolperl Nacht um einen Misthafer sogenannte Eisenstauden gesteckt dies gegen die Flüche von die Hexen geholfen haben soll es hat ab geheißen dass die Hexen ein Fluch auf die Viecher legen können damit sie tagsen brechend bevor dann die Viecher am ersten Mai wieder aus dem Stall gelassen worden sind hat man Grasmoosen vom Stall ausgelegt damit die Viecher nach dem langen Winter besser gehen haben können unter die Mosen ist als Schutz ein Astel von der Eisen Stau geliebt worden das später wenn alles verrammt worden ist und Steudier dran kommen ist ein anderer Brauch war dass in der Nacht die sogenannten Wippel Blärme so hat man die Totterblumen genannt auf die Grasmoosen vom Stall stand die sind vom Hirtbohm ausgestrahlt worden während die Viecher gefurdert worden sind die allein für ihm waren dann zwei Eier für jede Kuh die im Stall gewesen ist dies waren die sogenannten Hexen Eier die man nicht drauf essen hat dürfen was auch noch betrieben worden ist das war das sogenannte Pfingstel Duschen oder auch Hexen Ausduschen dies hat am Austermontag angefangen mit den gleichen Geuseln die man an Martini zum Wolf auslassen hergenommen hat ist geschnäuzt worden vom Austermontag weg dann jeden Samstag nach dem Gebets leiten so lang bis Nacht ein Bruch ist dies ist dann gegangen bis zum Pfingst Samstag der Brauch ist aber schon lang her und wird heut zum Tag nimmer betrieben dass das Hexen Motiv in den verschiedenen Sagen daher rührt dass man Frauen aus bestimmten Gründen etwas hinauf sagen also verdächtigen und zum Außenseiter stigmatisieren wollte liegt auf der Hand wenn man jemandem ans Zeug flicken wollte dann war es ein gängiges Konzept diese als Trud oder Hexe zu verleumden eine Gegenwehr war nicht zu erwarten und auch wenn die Betroffene regelmäßig den Gottesdienst besuchte wurde dies angeprangert doch woher kommt nun aber der Zusammenhang mit der Walpurgisnacht als Hexennacht und vor allem den Hexenversammlungen auf dem Brocken folgende These des Sagensammlers Kaspar Friedrich Gottschalks aus die Sagen und Volksmärchen der Deutschen herausgegeben 1814 erscheint realistisch und sei an dieser Stelle zur Diskussion gestellt als Karl der Große die Sachsen die sich nicht zum Christentum bekennen wollten bekämpfte wichen diese letztendlich der Gewalt und ließen sich taufen doch im Herzen blieben sie weiter bei ihren alten Göttern so oft sich Karl mit seinem Heer zurückgezogen hatte opferten sie in den Wäldern weiterhin den alten Götzen Karl ließ daraufhin ihre Altäre und Götzenbildnisse zerstören und bestrafte diejenigen die nach der Taufe weiterhin als Heiden lebten mit dem Tode Da sie hierdurch gehindert wurden ihre Opferfeste in der Ebene zu feiern flüchteten sie in die Wälder und Gebirge des Harzes und eben auch auf den Brocken der damals wahrscheinlich weniger zugänglich war als heute dies ging aber auch an Karl dem Großen nicht vorbei und er ließ an den Opferfest tagen die Zugänge zu den Gebirgen mit Wachen besetzen die Sachsen besannen sich nun auf eine List um dennoch ihre Opferfeste veranstalten zu können sie legten sich wohl entsetzliche Verkleidungen an bewaffneten sich mit Heugabeln und ähnlichen Gegenständen und erschreckten dadurch in der Nacht die Wachen sodass diese entsetzt die Flucht ergriffen im Notfall bedienten sie sich der provisorischen Waffen auch zum Schutz gegen wilde Tiere und bedurften ihrer auch beim Opferfeuer selbst zum Beispiel zum Nachlegen des Holzes oder zum Herausziehen der Scheite mit welchen sie um das Opferfeuer zum Fest der Fruchtbarkeit und der wiederkehrenden schönen Jahreszeit Anfang Mai tanzten da auf den Höhen des Harzes vor allem auf dem Brocken während dieser Zeit gewöhnlich noch Schnee lag so brauchte man wohl auch Besen auf deren Stilen die Sagen und Märchen die Damen der Walpurgis Nacht reiten lässt zum Fegen und Reinigen des Opferplatzes Die damaligen Christen hielten allgemein das Anbeten von anderen Göttern bereits für Teufels Anbetung und glaubten daran dass der Teufel selbst trotz der mit christlichen Wachen besetzten Wege zu den Opferplätzen seine treuen Anhänger unterstützte und durch die Luft zum Brocken hin brachte ein Wahnglaube den die abergläubischen Wachen durch ihre Aussagen von den gesehenen Teufelsmasken und Hexengestalten verbreiteten und so verknüpfte sich wohl der Tag vor dem ersten Mai mit dem unaufhaltsamen nächtlichen Zuströmen von Nachtmahren Unholden und Dämonen zum Opferplatz im Harz die Hexenfahrt zum Brocken Euch hat diese Episode gefallen? Dann abonniert meinen Kanal indem ihr den roten Abonnieren Button unterhalb des Videos anklickt Aktiviert anschließend auch gerne die Glocke daneben um immer über die aktuellsten Videos benachrichtigt zu werden Abonnieren Und Abonnieren Vielen Dank.